Modernste Technik kann nicht die menschliche Kreativität ersetzen. Die Hikes-Entwickler lassen ihre Fantasie freien Lauf und tüfteln wochenlang an der perfekten Linienführung eines neuen Schuhs. Vom ersten Entwurf bis zur Marktreife durchläuft das zukünftige Modell viele Stationen. Prototypen werden gebaut und im hauseigenen Labor auf Herz und Nieren geprüft. Erst nach Freigabe durch die Geschäftsleitung geht dieser in die Serienproduktion und das finale Produkt ist fertig zur Auslieferung in die ganze Welt.